Ratzmau Was ist das? Quatsch, den brauche ich aber auch noch für Corpuzzi und Sanna zu kriegen Ach mann, Omed Hier gibt es Sangela nur, ne? Ein Tauboga, ja ne ist klar Das ist ein Taubsi Ein Schnaubsi, Raubsi, Taubsi Ein Tauboga Ja, mach mal Wirbelwind, ist klar, dass du flüchten kannst Erst haben wir so viel Schaden zu fügen und dann abhauen Ist richtig Das würde ich auch machen Ein Tangela im Wasser, ist richtig Ja, ist klar Seit wann taucht Tangela im Wasser auf? Auch merkwürdig, ne? Okay, jetzt muss ich wieder nach Syphonia City Ich glaube, Corpuzzi ging nur mit Angeln, oder? Äh, ja Ja Fliegen Ja, aber ich brauche einfach diese Fange denn dafür Das war Fronia City So, wo ist jetzt der scheiß Aufseher? Nee Wann gibt es hier denn Pokémon drin? Keine Ahnung, wo ich drin bin Bin irgendwo reingerannt und da gibt es Pokémon drin Auf der Insel Auf der Insel Auf der Insel Da sind Slime, da ist ähm Da ist auch dieser Fragezeichenöffner drin Den du brauchst für Pyro Achso Ja Boah, vor allem das Shit, das steht für komisch da Die ist verschlossen Ach, f*** dich Hätte ich jetzt nicht geldacht Bööööööööööööööööööööö? Hääääääää chiar brigens jeden für's Kaufen Hopp Schutz da Danke Da war scheiß auch sehr Mich kappt Bock darin zu kämpfen Was war hier? Markt, was kann man denn hier kaufen in dem Markt? Spasti sein Sohn war hier Spasti sein Sohn Ja Der Fluchtsaal, Hyperheiler So, aufnehmen Das dumme Fossil Fuck, falsch gedrückt Hä, wo ist denn der scheiß Ausseher? Ablegen Ähm Tickly, Tschüss Und Und Geradus, Tschüss Muss mir jetzt mal den Albrecht einholen Konzenter Ah, fuck Das war falsch geflogen Wirst du der Wichser Hä? Nee Ich such grad den Aufseher Aha Ähm Ähm Der Schneider Oder bist du das? Hallo Nee, du nicht Aber du, ne? Gib ja her Gib Nein, du bist es auch nicht Gib Danke Pokémon Please Sack Ich glaub das war hier Nee Hier, ne? Er sagt ein Pokémon, ich wollte aber zwei Hau ab Ja, hier, alles was sie haben Ja, hier, alles was sie haben Ja, wir wollen mal rausrennen, wir wollen reinrennen Gib her Ja, okay, sein nächstes was siehe Bitte, hier und da Ja, hier, 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 hier Ja, nochmal rausrennen Rein Nein Da hat noch ein falsches Haus rein Gib Oh mein Gott Ah Ah Hab ich übrigens jetzt mal auf die Uhr geguckt? Mhm, hab ich schon Okay Status Ah, Daktil Hässlich Wie die Nacht Ja, wie Kaputo Lalalalalalalala Ablegen Und Daktil Tschüss Oh, nicht Ist ja egal, wenn wir ein bisschen länger machen Such jetzt auch Ja Items, Top Shots Weil wir hier durchrennen So Ja, ich capier'n nicht, wo man Stärke herbekommt Ach ja Es war ja, Top Shots nutzte dann nix, wenn die Pokémon stärker waren Als das, was du vorne hast Tschüss Vokano Hey Oh Da ist mir fangen gekommen Superball Danke Na du Ach, du willst kämpfen? Ein Dieb Ah Meine Fresse, ey Da suchst du dich doch und dämlich Deine Fresse? Facts Ich bin der Meinung, in der Safari-Zone gab's keine Stift Doch Du musst du was rausholen Du musst die Gold-Szene da rausholen Die musst du zum Werter der Safari-Zone bringen Wo musst du die rausholen? Aus der Safari-Zone, ähm Ich hab da nämlich auch nachgeguckt Wenn du's wüsstest, wo genau das da war, ne? Ja Ja, ihr habt alles gesucht Ich hab dumm und dämlich gesucht, wo das ist Jetzt muss ich das noch geben Deine Oma Ah, Turtok, ey Ja, noch eine dumme Stärke Nicht so irgendwo Und zwar hau da mal für Biss weg Biss Stärke beibringen Lapas auch Ja klar, dass die Top-Geleber ist Hehe Bodyslam brauch ich nicht Und ein Smuggern Tschüss Oh ja Du kannst keine weiteren Items nicht tragen Ich schmeiß jetzt Puff, schmeiß wieder weg KP Plus Scheiß drauf Ähm Ja Ich weiß noch, wie ich mir das früher alles durchgelesen hab Was? Ja, was denn da stand Achso, nä Gibt's nicht mehr Doch, früher ja Trotzdem weiß ich nichts mehr davon Jetzt brauch ich ganz viele Hyperbälle Hyperbälle Aber ich weiß gar nicht, wo ich die herbekommen habe Hast du? Was? Ja, was wohl? Hyperbälle Naja, hast du jetzt Steck oder was? Ja, ja Ja, ja Wann wirklich? Du musst Safari Zone in das Ding holen und dann gehst du dann Äh, nach Fuchsania City unten Rechts neben Koga Ja, rechts neben dem Pokémon Haus Da ist Pokémon Center da ist Der Herr Wächter Ja, sagen sie, Safonia City am Arsch Das war Fuchsania City Äh, super, ne Ich will Hyperball Da, Hyperball Wie kann ich mir gar nicht mehr kaufen? So Ja 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 Lala Ja Lala 5000 für ein Nugget Ja Ich kaufe noch Hyperbälle So Ja, boom Jetzt kann ich nämlich mir Arctus auch holen Nein Klar Nein Warum nicht? Nein Nein Den werde ich mit als Eis Pokémon nehmen Und klatsch dann einfach gleich die nächste Arena Leiter Ich bin hier rausgeflogen, schmisse Wie oft musstest du hier wieder neu reinrennen? Wo? Ja Safari Zone? Nein Um den öfteren Fragezeichen öfter zu kriegen Einmal Ja Einmal bist du wieder rausgeflogen, ne? Mhm Weil ich die falsche Tür genommen habe Habe ich auch gerade gehört Aber danach musst du wieder rein und wirst du direkt Da 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 und dann fertig Ja 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 Meist du hast gesheetet? Ne Ja Gut, wenn man das Spiel vorher schon mal wieder gespielt hat, ne? Aquaknara tschüss Aquaknara tschüss Aquaknara tschüss So Arctus mein Freund Wir beiden wären jetzt Freunde Boah, die Pokémon nerven, ne? Boah, das ist das einzig nervige, wenn du durch sowas durchläufst Weil dann dauert die Pokémon auflaufen Oh, ich weiß Boah, das ist das